Die Haltung der BDP ist ganz klar die, dass wir nicht darum kommen, im Ausland für schwere Steuere hinterzuziehen und eine andere Lösung zu finden. Wir sind aber auch klar der Meinung, dass man im Inland das Bankenheimnis nicht demontieren darf. Eine Forderung, die die BDP schon vor einem Jahr gestellt hat, oder? Ja, es ist in der Tat so. Als es um die 50'000 Konten gegangen ist für die USA, haben wir eine Motion eingereicht, die verlangt, dass das Amtshilfegesetz angepasst werden sollte. Es stellt sich jetzt immer mehr heraus, dass das die Lösung ist, die wahrscheinlich tragbar sein wird. So wie es aussieht, übernimmt Deutschland die gestaunigen Daten definitiv. Was sagt ihr dazu? Man kann dem Land das natürlich grundsätzlich nicht verbieten, aber es ist Hehlerei. Es ist etwas, was man von mir aus gesehen nicht zulassen und nicht machen darf. Aber die Schweiz ist natürlich ein bisschen machtlos und ich hoffe immer noch, dass jetzt eben in diesen Gesprächen, das ist etwas, was jetzt so wichtig ist, dass der Bundesrat dahinter verschlossene Türen verhandelt. Das hat man schon beim Libyen-Konflikt machen müssen. Das ist wieder ein neues Beispiel mehr. Und ich hoffe, dass trotzdem noch eine Lösung herauskommt, wo schlussendlich die Beziehungen nicht wieder zusätzlich durch die Stadt passieren. Aber diesełumte contre Blühungen hat gespielt nicht mehrmals actually been mit der masterpiece. Und als da sich ein wenig Looklude,